So Leute, ein kleines Video von mir, Silage, also wir haben hier Silage gemacht und die wollen wir jetzt entleeren, dass es Geld gibt für uns, wir haben uns nämlich hier bei dieser Welt, die wir nur für uns nutzen, haben wir uns hier drauf geeinigt, dass wir hier Silage machen, nur Silage, also für die Biogasanlage und ja, entleeren wir es mal kurz. Der Fabi solltet ihr jetzt auch hören. Yo, Peace. Total der Coole. Ne, ich hab mir den iFreeSky-Recorder runtergeladen und ja, geil. Alter, du lässt alles wieder aus, man. Echt geil, wo? Wo? Auf der Straße. Nein, ich lerne nichts aus. Schreibt in die Kommentare, dass Fabi scheißlabert. Boah, das Teil ist total überfüllt mit dem, äh... was du da hast. Mit dem Megafiechter. Ja, meine Schaufel passen 10.000 Liter. Labe. Wie viel kostet denn meine? Drei. Loll. Hä, wo bin ich? Ah! Ach, da. Hihi. Ach, scheiße, Andy, ich schwör's dir. Wett'n, das war Fabi? Nein. Nein. Hauslitz, der Hahn. Boah, rückwärtsfahren mit dem Ding hier ist echt erbärmlich. Ja, ja. Das ist unfair, du kannst viel schneller rückwärtsfahren. Verschafft dir einen immenzen Vorteil. Achtung, ich stehe hinter dir, gell? Ach so, da. Er ist ja nicht direkt hinter mir. Das geht ja noch. Loll. Haha. Haben wir geiler Leckrad gewesen. Die Schaufel ist geschwebt. Und mein Dings, da konnte ich immer noch bewegen. Und dann war das so geil. Ja. Kannst du ja mal ein Video angucken. Oh. Sieht ziemlich fett aus. Aber weißt du, was ich jetzt mach? Ich mach jetzt was Klügeres. Weil Fabi kommt schon wieder. Und dann fahren wir hier einfach und einmal hier drehen. Und dann... Das Teil ist doch scheiße. Ich will auch so einen großen. Ja, wir haben 111.000. Echt? Ja. Aber wir kaufen erst mal einen anderen Traktor. Ja. Weil sonst müssen wir, brauchen wir so ewig zum Gruppern. Wie der sich vordringelt. Pass auf, ich bin hinter dir. Ist man Blinklicht dann? Ja. Ja. Ganz wichtig. Ach da. Blinklicht macht nur übrigens, für alle, die es nicht wissen, auf Position 1 an. Das wusste ich früher auch nicht. Ja. Gut, das Silo ist leer. Ja, okay, dann pack ich. Guck mal, wie viel das andere... Wie weit das andere ist. Soll ich gucken, oder was? Ja, guck mal. Und dann kannst du schon mal mit deinem Schlepp... Das Zugedeckte, oder was? Ja. Wie guck ich das? Einfach drauf fahren. Hä, dann wird das mir angezeigt, oder was? Ja. Hammergeil. Ja. 87%. Ja, okay. Ja, dann nimm mal deinen Schlepper und tu anfangen, weiterzumachen. Ja, okay, dann war's das jetzt von dem kleinen, äh, Silo leer. Leeren Speziale. Ciao, Leute. Also, ihr目dat. Weil ich vermiss, Gott stabil mode, Acting. Wie, ich bin bin. Oder wir machen sie mal. Oder die Zukunft Tiefe. annièrement und starten sich Tu.